Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei mir gibt es heute eine Review und zwar zu dem Film Bow is Afraid. Den habe ich von Leonine Studio als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich war echt gespannt auf den Film, weil mir von Ari Aster Midsommar und Hereditary schon sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, der Trailer hierzu war halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so klar. Sollte eine Horrorkomödie sein, man hat nicht viel erfahren und ja, den habe ich mir deswegen auch direkt angeguckt. Und ja, so ein bisschen zum Film ohne zu viel zu spoilern. Ihr wisst, ich mag das nicht so. Ja, es ist halt ein psychisch, ja, geistig, psychisch geschädigter Mensch, Mann, der Bow, der halt von Joaquin Phoenix dargestellt wird oder gespielt wird. Und ja, der erfährt irgendwie halt, dass seine Mutter einen ziemlich schweren Unfall gehabt hat und beschließt dann, zu ihr zu fahren. Der Weg dahin ist dann irgendwie alles andere als einfach, weil, ja, also es ist irgendwie so, dass Realität und Fiktion nicht mehr für den Zuschauer zu unterscheiden sind. Weil irgendwie diese Paranoia und Angstzustände, die er hat und irgendwie jeder Mensch könnte eine Bedrohung sein. Er hat auch so ein Trauma halt, ne, dass durch seine Mutter auch, er ist so ein richtiges Muttersöhnchen, dass irgendwie nichts, fast nichts alleine auf die Kette bekommt. Und ja, man halt sich in seinem Kopf, also man ist irgendwie als Zuschauer im Kopf dieses geistig verwirrten Menschen, ja. Und ja, mehr würde ich auch nicht dazu sagen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es ist auch schwierig, das irgendwie genauer zu beschreiben, ohne zu viel zu spoilern oder zu viel vom Film zu verraten. Ich kann nur sagen, mir hat der Film in der ersten, in der ersten Hälfte, die ersten anderthalb Stunden, war ich unglaublich dabei, ja. Da war ich auch irgendwie mit meinen Gedanken oder meine Erklärungen, die ich mir selber dann zu dem Geschehenen und Gesehenen gemacht habe, habe ich noch gut verpackt bekommen. Und in der zweiten Hälfte war es mir dann zu viel, ehrlich gesagt, ja. Also, klar, ich habe die Hauptmessage, habe ich schon verstanden, ne, dass er halt ein Trauma hat durch die Erziehung seiner Mutter und auch psychisch sehr, sehr kranker Mensch ist, geistig Paranoia und Angstzustände, Panikattacken und so weiter hat, ja. War, ist alles klar, aber was da geschehen ist, also wie gesagt, ich, mir hat die erste Hälfte sehr, sehr gut gefallen. Die zweite war dann, war mir persönlich einfach zu viel. Mein Hirn war einfach wie so eine zermatschte Banane, muss ich sagen, ja. Also, ich habe nur noch versucht, das Gesehene irgendwie zu verarbeiten und, ja, es war anstrengend, muss ich schon sagen, ja. Also, ich kann irgendwie, das ist auch schwer, einen Film irgendwie mit anderen Filmen zu vergleichen. Wenn, dann würde ich wirklich sagen, so eine Mischung aus Naked Lunch mit, mit, ja, Jacobs Ladder eventuell und es ist wie in John Malkovich, ist so ein bisschen, denke ich, noch vertreten und, äh, und das Ganze dann irgendwie so gepaart mit David Lynch, ähm, hier dieser, der Grieche, der Jomos Jogosch oder wie er heißt und, ähm, ja, so ein bisschen auch, äh, hier der Antichrist, äh, Regisseur, wie heißt er noch, der Deutsch, Schweizer oder Österreicher, aber es ist, ähm, ach, der hat auch Nymphomaniac und so gemacht, fällt mir jetzt, Lars von Trier, ja, also so eine, wirklich so alles in einem, aber man erkennt schon das Handwerk von Ari Aster, was auch überragend ist, ja, und auch die, 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 die schauspielerische Leistung halt von Joaquin Phoenix, man kennt das ja auch, so Joker oder, äh, Beautiful Day und sowas alles, ja, ähm, oder Come On, Come On und er ist ein super, aber da hat er sich meiner Meinung nach wieder Oscar-verdächtig verhalten, das war absolut, das, absolut großes Kino von ihm, ja. Ähm, von mir gibt's sechs von zehn Punkten, ich hätte ihm gerne mehr gegeben, also wenn ich nur die erste, äh, Hälfte, sagen wir mal, diese ersten anderthalb Stunden bewerten würde, wären das fünf Punkte, volle Punktzahl, aber irgendwann verließen sie mich, ja, also, wie gesagt, für so Freunde von, von diesen Filmen, die ich eben genannt hatte, die werden auf jeden Fall warm hiermit, die anderen, oh, ist schwierig, ja, und wer sowas wie ein Mittsommer oder, oder, ähm, hieraritary erwartet, wird da enttäuscht sein, das ist was ganz anderes, das ist echt wie so ein, so ein kaputtes Kunstwerk, würde ich das nennen, ja. Ähm, ja, Ja, das zu Bois Afraid, ähm, mehr würde ich auch gar nicht dazu verraten und sagen, wie gesagt, ähm, für die, die jetzt denken, das könnte was für sie sein, unbedingt mal reinschauen, ja, guckt auch gerne mal auf die Homepage von, ähm, Leonine Studio, da gibt es noch weitere Infos, ähm, ähm, die werde ich auch jetzt hier in, in den, äh, Kommentaren oder in der, äh, halt mal erwähnen, ja, also, die, den Link zur Homepage oder zu Instagram, die sind überall vertreten, auch auf Twitter und Facebook und so weiter, und, ähm, ja, macht euch da vielleicht auch nochmal schlau, guckt euch nochmal den Trailer an, aber wie gesagt, das ist jetzt so meine Meinung nach, äh, meine Meinung dazu, und, ja, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag einfach mal bis zum nächsten Mal, euer Blockbuster, ciao.